Wir haben uns gefragt, ob ich da Lust zu haben und dann habe ich gesagt, ja, was muss ich machen? Was möchte ich hier nicht machen? Ich habe gesagt, ich habe Höhenangst und ich esse keine lebendigen Tiere. Du bist unser Kandidat. Du bist es. Und was musste ich machen? Ich musste irgendwas mit der Höhe machen und musste lebendige Tiere essen. Lebst du noch von der Gage vom Dschungelcamp? Also von der Gage jetzt nicht mehr. Das war ja bei mir. Ich war ja die schlecht bezahlt, dass sie da drin war. Ernsthaft? Ja, dann sag doch mal, wie viel ist das denn? Wie viel sind die schlecht bezahlt, dass sie jemals drin war? Also ich habe 40 bekommen. Das ist ein Dachrinchen, willst du nicht? Ja, aber ihr habt doch auch so eine Soße, dann kannst du das bitten. Ach, gar. Ich mache es nicht ohne Soße. Ich möchte es nicht verfälschen, den Geschmack. Ist rodend. Du bist die Liebe meines Lebens. Dir kann ich grenzenlos vertrauen. Will nur für dich ein Sieger sein. Das alles erreichen, wovon wir träumen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.